Es ist eine schöne Entwicklung, eine in sich geschlossene Geschichte zu erzählen und unser Autor Klaus Hildebrecht hat eine, wie ich finde, für die Zeit sehr, sehr passende Geschichte erzählt. Die Ursprungsidee war das Licht der Welt, was wir alle wahrnehmen in unseren Herzen und wir auch merken, wenn wir dieses Licht zurückgeben können von unserem Herzen und dann habe ich gemerkt, dass das genau auch mit den Pferden passiert. So dieses Phänomen von Interaktion von Herz zu Herz, weil die Pferde können uns nicht unsere Sprache verstehen, sondern eben nur unsere Energie spüren, unser Licht spüren, wir spüren das Licht von denen. Das wollte ich beschreiben in einer Geschichte. Dieses Jahr hat die Geschichte ein sehr wichtiges Platz auf dem Show. Ich spiele die Rolle von Alana. Sie ist eine junge Frau, die durch verschiedene Länder durch den Show geht und versucht, die Kompagnen der Lichter zu finden. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo eine Frau wieder mehr Licht in die Welt ringen muss. Und ob es ihr gelingt, das muss man sich anschauen. Wir sehen uns noch einmal. Und dann sind wir noch heute. Untertitelung des ZDF, 2020